Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Die Fahrspur und der Gehsteig über BA24 sind fertiggestellt. Wir sehen rechts den Gehsteig und hier an der Anschlusskante die feine Schicht obendrauf ist drin. Wobei sie hier gar nicht so fein in der Körnung ausgeprägt ist, aber das macht nichts. Und die BA23 ist wieder ein bisschen mehr von der Stützmauer weg, auf der die Fahrbahn stand. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Muss ich mal stehen bleiben und reinzoomen. Vorgestern glaube ich war es, jedenfalls vor einigen Tagen, da war es bis hier und mittlerweile ist da nichts mehr zu sehen. Irgendwo hinter der Plane. Vielleicht sollte ich mal unten durchfahren. Zurück zu BA24. Auch hier ist sauber der Anschluss, asphaltiert. Und wie vermutet, der Gehsteig läuft rechts an der Schallschutzwand vorbei und dann geht er durch dieses neue Tor hindurch. Und wir sehen auch schon die entsprechenden Kitter zur Abtrennung zu BA25 Baustellenaktivitäten. Die Gitter sind installiert. Also in dem Bereich hier vorne und da fehlt noch ein bisschen was. Und hier ist dann der Ausgang auf den bisherigen Gesteig. Ja, die Seite ist auch fertig, wie wir sehen. Als ob morgen die Freigabe wäre. Ja, vielleicht kommen noch ein paar weiße Markierungen drauf oder gelbe. Schauen wir mal. Das Wochenende steht bevor. Die ist auch alles freigeräumt. Also, könnte es sein, dass am Wochenende die Fahrspur dem Verkehr übergeben wird. Danke fürs Zuschauen und wenn es gefahren hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.